jetzt sind wir wieder da die aufnahme ist war kurz zu ende okay weil mein weil mein antivieren programm hat gesagt hier guck mal du hast eine neue e-mail ich hab sie für dich gescannt guck mal hier und deswegen man kennt es wozu gerade angeschrieben ich habe gerade so ein bling gehört ich kann diesen sicher dass das nicht die eingeborenen waren da was hier los den kann ich fällen immerhin ein bisschen schwache nahrungs ausbeute hier ist jetzt bald mal ein schildkrötenpanzer nein weil sie auch noch schildkröten sie auch noch schildkröten right my english is perfect present perfect okay also my english is not the yellow from zack yes i hear it okay juhu da unten juhu da unten hast du eine macke oder was ich bin ja oben auf dem felsenhof ach mensch na sind die stämmchen jetzt ins wasser gerollt bin ich mal unterwegs war ja da sind zwei stämmchen wasser hol mal ran die kiste ja ich habe keinen ausdauer mehr ich kann nicht laufen jetzt kommst du wieder ohne schildkrötenpanzer und zieht er an mir vorbei erstmal mit dem stamm auf der schulter wir haben rennen selbst ohne ausdauer ist am rennen also ich habe ein stamm mehr sehe ich nicht reicht ich kann gleich schon wieder was essen ich glaube ich mache mich mal ein bisschen auf versuche noch was zu essen und schildkröte jetzt kannst du mal weiter bauen ja ja wobei es wird grad dunkel ist auch nicht viel cooler jetzt mal gucken vielleicht können wir beide dann hinter schlafen sehr cool wobei ne es wird noch gar nicht dunkel war nur ein bisschen dunkel im wald ach das war ein vogel zwitschern vorhin wahrscheinlich ich war nämlich schon wieder ein vogel zwitschern sag an du vögel die zwitschern soll es geben soll es geben gibt sie gibt es gar nicht vögel die zwitschern vögel sind nur bestimmt nur eine Erfindung der Lügenpresse genau ja ich verstehe nein oh fuck das habe ich mir gedacht ich wollte da aber gar nicht hin um ehrlich zu sein ist da hinten ein Zelt ich bin jetzt fast am überlegen da mal eben rüber zu schwimmen zu gucken ob da ein Zelt ist bestimmt nicht cliffhanger cliffhanger naja ich bin gerade von der klippe gesprungen komm schon schwimm schneller da kannst du mal wieder schneller schwimmen ach das mehr jetzt verstehe ich was hast du verstanden dann gehe ich mal bitte äh der loxlid der Holzschlitten achso was dann der Holzschlitten was damit ja da kann den ganzen bauen dann kannst du Holzfelden gehen und kannst mehrere Stämme mitnehmen ja ich weiß warum haben wir den nicht gebaut i don't know ich glaube als ich dir mal bauen worte war er verpackt und deswegen habe ich es gelassen hier ist wirklich ein Zelt finde ich hier was cooles hallo es ist hier ein Zelt jetzt bin ich hier echt rüber geschwommen und ich finde hier absolut nichts wie scheiße finde ich das denn bitte ja elavi ja durchaus muss ich gucken dass ich hier wieder irgendwie rüberkomme also weiter schwimmen hat sich ja voll gelohnt und hier ist ein Zelt Sieht noch nicht danach aus, als wenn man hier vernünftig wieder hochkommen würde. Probieren wir es mal da. Ille im Walde, würde ich gerade sagen. Wer ist im Wald? Ille im Walde. Okay. Wenn du das sagst. Ja. Stell dich einfach mal so in den Raum überhaupt dann. Okay. Komm her hoch, Mann. Wenn das so steil wäre. 90 Grad. Als ob das so steil wäre. Hm. Okay, doch. Man muss noch mal ein bisschen rumschreien, dann läuft das. Oh, toll, da ist ein Strand. Ich glaube, ich muss hier wieder runter. Ich will an den Strand. Oh Gott, wird das schnell dunkel. Okay, hier warst du auf jeden Fall nicht. Oh. Hier am Strand, weil hier lag nämlich ein Boot. Auf, 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 auf dem, auf dem Strand? Auf dem Strand. Ach, da war ich, aber bei mir ist dann wahrscheinlich nichts drin gewesen. Genau, weil ich habe da nicht gerade ein Seil rausgeholt. Okay. So, jetzt versuchen wir mal hier hoch. Zu kommen. Oh, da ist ein Stock. Geil, können wir immer gebrauchen. Ja, Stöcker haben wir fast gar nicht eigentlich. Komm schon hoch mit dir, hoch mit dir. Ist eigentlich so eine Flasche. Fette Sau. Oh, ein Stock. Der Schlitten ist cool. Oh, ein Stock. Der Schlitten gefällt mir. Erhöht das deine Bauproduktivität? Definitiv, würde ich sagen. Okay. Navigieren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst ist er... Danke, so. Geil. Oh, ein Reh, hallo. Oh. Wie, das Reh ist nicht gestorben? Ich haue dem Reh eine Axt über den Schädel und das Reh stirbt nicht. Super Reh. Ich bin enttäuscht. Dieses Reh war wahrscheinlich zu First Avenger. Auf jeden Fall. Ja. So, ich würde sagen, das Abholzen kann jetzt endlich in industriellem Ausmaß erfolgen. Oh Gott. Das passt mir gerade gar nicht. Doch. Ich dachte, das wollen wir. Oh Gott. Ah, ah. Und ich kann nicht rennen. Renn, du Sau. Renn. Renn schneller. Los. Lauf um dein Leben. Aua. Sie töten mich. Oh, hier ist was. Ich rate jetzt einfach mal, was passiert, ne? Sie töten mich. Schneller, lau schneller. Also, 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 wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, du hast keinen ballistischen Besuch. Ja, und sie töten... Ich habe einen Stein gefunden. Ist das ein Stein? Hui. Daneben. Ich habe einen Computerteil gefunden. Lauf schneller. Schneller. Laufst du schnell, du kannst. Oh, warte mal. Ich habe vielleicht eine Chance zu überleben. Ach, toll. Jetzt hole ich den Molotow raus und sie sind nicht mehr da. Sie kommen wieder. Haben sie sich schon gedacht, ne? Was ist denn Beritz kommt? Was ist das denn da? Bin ich doof? Was ist das? Ach, das ist das Flugzeugteil. Okay. Ich bin am Flugzeug. Okay. Gucken wir mal, ob ich hier in den Dingsen eine Soda finde oder so. Eine Schokoriegel, auch nicht schlecht. Okay, Medizin. Ist auch nicht verkehrt. Ja, super. Klasse getroffen. Medizin und ein Tuch. Hier ist noch eine Buß. Not bad. Besser als nichts. Da ist noch eine Zuha-Koffer. Öffne dich, Koffer. Oh, eine Taschenlampe. Endlich. Ich habe eine Taschenlampe. Wie? Eichhörnchen kann man nicht töten? Schade. Ich hätte gerne ein Eichhörnchen-Steak gehabt. Wer hätte das nicht? Richtig. Kann man das Flugzeug aufhören, so zu knarren? Ist ja mega eklig. Ich glaube nicht. So, ich habe jetzt sechs, sieben Baumstämme, die ich hier gerade rumkutschiere. Hey, cool. Ich würde sagen, der Schlitten bringt schon so irgendwie was. So ist die große Frage. Kann man nicht mehr durch die Tür. Ja, dann musst du es vor der Tür absch... Ja, mach ich mal schon. Hier ist noch was. Geld, das und das. Oh, hier ist noch sowas. Hier ist noch ein kleines Camp. Guck, da haben wir. Perfekt, da ist mein Mittagessen. Ja, da ist nichts Besonderes. Schade eigentlich. Ey, wobei ich mache jetzt mal die Taschenlampe an. Ich habe ja jetzt eine. Perfekt. Wo hast du jetzt eine? Ich habe jetzt die Taschenlampe, ja. Denk dran, dass du auch noch Batterien auf deinem Rucksack hast, falls du denkst, die ist leer. Ich habe keine Batterien auf meinem Rucksack. Echt nicht? Nee. Oh. Oh, da ist noch ein... Ich wollte gerade sagen, da ist ein riesiger Strand, aber ich bin schon wieder zu Hause. Und ich habe natürlich nichts gefunden. Und ich habe natürlich nichts gefunden. Und dann... Ich bin ja...